Was typisch bayerisch ist, das erkläre ich immer mit einer Anekdote. Ein Flugzeug stürzt ab und der Pilot gibt durch. Au, 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 wir werden alle sterben. Es gibt keine Chance für irgendjemanden. Aber wir haben Glück im Unglück. Wir haben einen katholischen Geistlichen an Bord. Herr Pfarrer, bitte warten Sie Ihres Amtes. Und der Pfarrer nimmt seinen Hut, steht auf und sammelt die Kollekte ein.